Ja hallo, du möchtest dich über das elektrische Rauchen informieren, über das E-Dampfen, wie wir das nennen. Du möchtest wissen, was es für Geräte gibt, welche das gut sind, welche weniger gut, wie du den Umstieg von den Tabakzigaretten am besten schaffst. Du möchtest wissen, was es für gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Tja, dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen im Dampferhimmel. Ich freue mich, dass du auf meinem Kanal bist. Ich freue mich, dass du auf meinem Kanal bist.